Ich glaube, ich habe es für das Erste erstmal ausgesorgt mit Pixeln. Juhu, ich leuchte! Was wir eigentlich in der Overworld kommen, was bringt. Nachts vielleicht. So, aber den Stein, das ist ja Lavastein oder Obsidian, das baue ich überhaupt nicht ab. Da brauche ich viel zu lange. Alter, was für ein Berg! So, noch ein paar Pixel. You'll never take our freedom. When I take your life. So, Kohle. Schon der dritte, äh, Bandit. Bandit? Dritte Banditenreihe, Fragezeichen? So, hey, Papagei. Alter. Ja, dann halt die Vögel. Weil ich brauche Leder. Perfekt. Wump. Sehr schön. Truhe mit... ... ... ... ... ... ... Und ein paar Flares. Fünf Stück. Juhu, das war knapp. Oh. Ein Kiotelhänder, glaube ich. Okay, das sind Ascheblöcke. Lassen sich zum Glück auch recht schnell abbauen. Höh. Ich meine natürlich. Hey. Erstmal hochheilen. Granate. Feuer! 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 Der weicht der Granate aus! Jawoll, ja! The Meat Slicer. Nicht der Meat Splicer, sondern der Meat Slicer. Ne, da, ja. Sloppy Axe. Useless Smasher. Rotten Poker, Rotten Poker. Ne, Blunt Brieger. Rotten Chunk. Sperrte Schicksals. Hau ich mal weg. Sloppy Smasher. Banditenhut. Sloppy Wobbler. Langsam, aber stark wie die Sau. Für einen Alpha Planeten. Useless Masha. Rotten Slapper. Rotten Poker kann weg. Sloppy Smasher. Oh, langsam, aber auch stark wie die Sau. Und Speer ist nicht so meins. Sloppy Wobbler kann weg. Mann, ich such gerade die Waffe. Harte mal, ist es das hier? Ja, wer Meetslicer? Neun. Ne, kann weg. Wer die Lila? Dann hätte ich gesagt, wow, super. Weil Lila ist ja legendär, aber grün ist das so herkömmlich. Plopp. Brennen und vergiften. Ich mache echt nicht schlecht Schaden mit dem Hammer. Brennen und vergiften. 4.318. Nimmt das denn kein Ente? Naja, ich habe ja rumgeheult. Ich brauche Pixel. Jetzt habe ich Pixel. Ich darf nur nicht sterben. Alles, aber nur nicht sterben. Oh, 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 oh. Ja, Pulse Jump Blueprint. Zack, gleich mal lernen. Neue Technik freigeschalten. Schön. Das macht die Sache schon ein kleines bisschen angenehmer. Finde ich sehr schön. Ups. Aha. Frage, ist das jetzt mein Anfangspunkt? Wenn ja, dann habe ich den Planeten ja schon umrundet. Ich hätte mir irgendwie ein Zeichen setzen sollen. Irgendwie so abstraktes Ding setzen sollen. Warte mal, was ist denn das? Silber? Ja, in der Tat. Nehme ich mal mit. Es wird schon wieder abends. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wum. Gut, dafür hat es nachgelassen hier, der Sandsturm. Die Frage ist jetzt, habe ich den Planeten umrundet oder habe ich ihn nicht umrundet? Und jetzt wird es wieder kälter. Boah, Disco. Bump. So. Ja, natürlich. Da kommt mal wieder so ein halber Dinosaurier auf mich angesprungen. Alter, ich bin ja fast tot. Kiste leer? Ne, Kiste voll. Ah, ich habe jetzt gedacht, ich hätte Zimplaneten umrundet, wäre die Kiste leer gewesen. Noch eine Kiste. Oh. Fever Crown Seed. Pixel. Und ein Crafting Table. Hm. Nehme ich mal alles mit. Die Truhe sollte ich auch mal mitnehmen. Weil ich werde nicht ewig meinen Schiss locker benutzen. Ja, jetzt habe ich den Planeten umrundet. So. Dann. Auf zum Heimatplaneten. Weil ich habe nämlich jetzt etwas beschlossen. Und ich habe auch noch etwas vor. Bevor ich die Aufnahmesession beende. Den Heimatplaneten werde ich auf alle Fälle benutzen. Als Minibasis. So. Einmal anpflanzen. Habe ich sonst noch Samen? Corn Seed. Ja, komm. Big Beat Seed. Dann noch ein paar Karotten. Ein paar Kiwis. Some hier. Avis Mingo Samen. Avis Mingo. Okay. A plant of 100 different flavors. Okay. A plant of 100 different. Auf gut. Und da. A plant of 100 different. Okay. Da. Da. E platz. Da. Da. Untertitelung des ZDF, 2020